und 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 ja und willkommen zu einer Runde Wer bin ich heute mit irgendwie auch immer Juli LKL live das ist ja hier hat sich erst genannt ich möchte hier einblenden für die ganze Folge und Hintergrundsituation eingehen ich schätze mal es wird ein Skyros game es geht also ihr werdet sehen ja hier fangen wir an aber ich habe schon was zum Beispiel zu sagen und zwar bei mir wegen Autos es wird verständlich als nächste Woche wieder kommen weil ich habe mir mit aufnehmen weil beim PC und es geht gar nichts mehr aber ich kann noch nicht ganz mal mit aufnehmen aber auch das geht bei mir auch noch wir sind kurz Minuten also Autos kommt es nächste Woche wieder weil mit Bandicam wenn wir es nicht aufnehmen Preps geht und geht wegen Facecam nicht und also es wird sich aber nicht von und auch wenn es macht und er kommt wieder auf lässt ja ich habe so viel die war aber es gibt es leicht vor allem ohne er will die und so weiter vom Cut und dann geht es los ja fang doch nicht an wenn ich würde weiblich das so ein Mann das ist bis zu einem Mann nicht wenn er muss fragen bin ich es ist sehr was so ach jetzt nicht die erste müssen uns gespielt wird will ich ihn machen dazu wenn ich ja schaue ich bin ich ja sagen muss daran so ja so wie ich mich ist es ein Jahr jetzt kannst du weiter fragen ich sage ich habe das immer so gespielt immer abwechselnd so okay habe ich über eine Million Abonnenten ja um habe ich für meine Community einen bestimmten Namen also nenne ich die besonders es ist gar nicht keine Ahnung gerade ich weiß nicht ich habe es noch eine Frage weiß ich jetzt nicht ich glaube aber ja ich glaube sogar ja ich weiß es nicht okay ähm ich werde es in die Kommentare schreiben Leute okay noch weiter was kann man fragen damit man das noch ist habe ich eine Freundin also offen finde ich auch viele präsent also ich weiß es nicht ich habe doch nur eine Frage er macht ja auch was anderes ist so mein Gott ist das hast gemacht ja auch jetzt mal weiß ich nur ja eigentlich schon doch ja klar Habe ich über zwei Millionen Abonnenten? Äh, warte, muss ich kurz gucken? Nein. Ähm, okay. Bin dich ein Mann? Ja. Habe ich über die Millionen Abos? Ja. Ich habe den gerade hier aufgerufen im Hintergrund. Oh, deine Quali, Alter! Ich hab' weil, ich bin mir alles gut. Ich hab' weil, ich hab' normales Internet. Alles egal. So, dann geht's weiter. Warum das denn? Es ist mir leuchtet auf. Oh, na geil. Also Leute, der Vlog ist ja geil von Juni weg. Okay, dann geht's weiter. Also, ich war jetzt dran, ne? Nein. Also, jetzt gerade nehme ich wieder auf, aber... Das nimmt auch gerade. Ja, ich kann's mal rausschneiden. Es ist egal, mach weiter. Lieber, warte. Warte, jetzt von der Sankar hin auf. Ich oder du? Nee, doch, ich war dran. Klar, ich hab' doch was gefragt. Nein, du bist dran. Du hast gefragt, dass du ungebüßt... Ja, warte. Doch, ich bin dran. Du hast gefragt, ob du ungebüßt hast. Ich hab' gesagt, nein, dann war ich dran. Dann musstest du kurz weg. Wenn du wieder... Okay, jetzt bin ich dran. Ah, ich hab' natürlich mal ne Million. Das, 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 das. Vielleicht hat mir Nico nach Folge 2 aufgenommen. Ähm... Ich sag' ihn. Ich sag' ihn. Das ist schwer. Ich verleg' gerade. Bin ich, ähm... Nee, du guckst ja Nero nicht. Warte, du guckst gar. Bin ich Minecraft Nero dabei? Scheiße. Wenn man da krieg' ich noch ne Frage, oder? Okay. Ah, vorbei! Ich glaub' ich weiß, wer ich bin. Bin ich Unge? Weißt du, aber vorhin hattest du sowas, äh, diese Stimme verstellen. Da hattest du so, ich glaub' wenn du das jetzt hast, dann sagst du, und dann sagst du, bin ich Unge. Und dann, äh, was du da so gesagt hast, hat das so voll komisch angehört. Das dachte ich mir so... Doch! Aber ich hab's gerade ganz kurz wieder vergessen gehabt. Oh, ich wusste. Übrigens, äh, willst du wissen, wer du warst? Ein paar Looten. Oh, den kennst du, ne? Okay, dann war's mit der ersten Folge. Diesmal werde ich hinterlassen. Bye, bye, dann. Schon bei YouTube vorbei. Tschüss. Tschüss.